Hallo, mein Name ist Sven Fechner. Ich bin Schauspieler und Synchronsprecher hier aus Berlin. Und ich spreche unter anderem Tom Burke, Colton Dunn oder auch Jason Amour. Innere Dämonen. Das Leben in einer Randgruppe. Familien-Tragödien. Im Prinzip fußt fast jede Talkshow auf diesen drei Säulen. Das Schlimme daran sind aber die Menschen. Für viele einfach nur Bekloppte. Für mich die Helden der Leinwand. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ganz zufällig, ehrlich gesagt. Ich habe da überhaupt keine Idee für gehabt. Ich habe immer gedacht, da kommt sie sowieso nicht rein. Und eine Freundin von mir hatte sich irgendwie 2011 beworben für so ein Mikrofonsprech-Workshop hier in Berlin. Und hat sie gesagt, mach doch da auch mit, da können wir das zusammen machen. Eine Kollegin. Und habe mich dann da beworben und habe das auch bekommen. Sie leider nicht. Was mir bis heute leid tut. Sie ist auch immer noch ein bisschen eifersüchtig. Ja, und da habe ich zwei Monate lang gelernt, wie am Mikrofon gesprochen wird, Hörspiel, Features und so. Und eben auch einen ganzen Monat synchron sprechen. Damals bei Joachim Kunzendorf und seinem Sohn. Die haben das zusammen gemacht und das war wirklich ein toller Monat. Und danach hatte ich eine CD in der Hand mit meinen Sprechproben. Und dann hat Joachim gesagt, komm, du beißt dich da schon durch und gehst jetzt zu den Aufnahmeleitern hin und machst Klinkenputzen, was ich ja normalerweise hasse. Aber ich habe mich da nicht überwunden. Und hat dann ein bisschen gedauert, so ein halbes Jahr. Und als ich dann bei Office of Arts aufgenommen wurde, also bei Thomas Frenz, damals in der Sprecheragentur, dann war ich online präsent. Und dann ging das wirklich relativ fix, dass ich viel zu tun hatte. Im Ensemble viel. Und dann habe ich kleine Rollen angefangen zu sprechen. Erzähl mal, wie muss man sich so eine Arbeit im Ensemble vorstellen? Was passiert? Du bist mit so ein paar Kollegen zusammen im Studio. Und dann sind das so diese kleinen Geschichten. Also wenn zum Beispiel zwei Hauptfiguren im Café sitzen. Ja, dann sprechen die natürlich. Aber der ganze Hintergrund, der kann ja nicht Englisch oder Japanisch oder Serbo-Kroatisch bleiben. Und die müssen natürlich auch alle auf Deutsch dann gemacht werden. Und da fängst du dann an, du sprichst den Typen da hinten oder der Kellner, der fragt, möchten sie noch was trinken oder so. Und so, du fängst dann wirklich mit kleinen Geschichten an, Gruppensachen, die aufgenommen werden müssen. Und das war toll, weil da habe ich wirklich nach dem Workshop eigentlich die Arbeit gelernt. Das ist immer was ganz anderes. Du bist natürlich am Anfang total aufgeregt und sowas. Aber irgendwie habe ich gemerkt, mir macht das Spaß. Und ich habe offensichtlich auch ein Talent dafür. Zumindest wurde mir das relativ schnell so gesagt. Und wurde viel gebucht und dann habe ich viel, viel, viel geübt im Ensemble. Und dann kamen kleine Rollen, mal so zehn Takes oder sowas, wo ein Regisseur gesagt hat, oh, lass den mal ausprobieren. Und dann hat sich das, toi, 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 es ist kein Holz hier, hat sich das immer weiterentwickelt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Und wir haben ja auch zwei, drei Aufnahmeleiter empfohlen, dann ins Rollenfach zu wechseln. Und das mache ich jetzt seit 2015. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Oh ja. Und zwar hatte ich eine Buchung für plötzlich, also ich habe immer Ensemblebuchungen gehabt. Und dann hatte ich plötzlich eine Buchung für vier Stunden bei einer Firma, wo ich dachte, so, das wird ein Ensemble sein. Dann kam ich da hin und dann war das aber eine Rolle, mehr oder weniger die Hauptrolle. Und zwar war das, der Film, der heißt auf Deutsch leider, hat einen ganz beschissenen Titel, Vendetta Rider, der heißt im Original Road to Paloma. Und ist ein Film, der von dem Jason Momoa geschrieben wurde, auch Regie geführt wurde und er hat auch die Hauptrolle gespielt. Und ich sollte den sprechen. Und ich fand den natürlich irgendwie, aus Game of Thrones, dachte ich so, what? Ich finde den einfach als Schauspieler und als Typ einfach richtig geil. Und dann sollte ich den sprechen und habe mich da, ich gebe es echt zu, durchgekämpft, weil ich einfach noch gar keine Rollenerfahrung groß hatte. Aber die meinten, das funktioniert und das hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Und da bin ich wirklich stolz drauf, weil den finde ich super. Und ich dachte so, okay, so kann es jetzt weitergehen. Leider bin ich nicht seine Feststimme geworden. So, ne, bei Aquaman und so hätte ich natürlich gern gemacht. Aber gut, dafür sind andere tolle Sachen gekommen. Aber da werde ich mich immer dran erinnern. Und wenn ich den heute gucke, das ist einfach auch ein toller Film, kann ich nur empfehlen, sich den mal anzugucken. Also toller Road Movie, tolle Geschichte. Er spielt super, was ganz anderes, als was man ihn so kennt. So, also, auf Deutsch Vendetta Rider. Also, weil der so eine Vendetta fährt und dadurch die Prärie fährt, die ganze Zeit mit seinem Kumpel. Von welchen älteren Kollegen konntest du viel lernen? Oh, ich habe natürlich, das wurde mir immer gesagt, setz dich in die Regie. Das habe ich viel gemacht. Bei Eike Schrötter habe ich viel in der Regie gesessen, als sie damals True Blood gemacht hat. So eine Freak-Serie, so eine Vampir-Serie, die ich aber damals total geliebt habe. Und da war zum Beispiel auch Christine Marquitain, hat dort gesprochen, eine tolle Rolle. Oder Peter Flechtner. Also, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, oh, wie machen die das? Und habe da wirklich viel geguckt. Und es war auch gut, bei der Regie zu sitzen, weil du dann natürlich aus einer anderen Perspektive auf das guckst, was die Kollegen da machen. Und habe bei Klaus Bauschulte mich ins Studio gesetzt, in die Regie. Und bei vielen anderen, wo ich immer durfte. Ich habe immer gefragt. Oder wenn ich wusste, ich habe eine Stunde eher Zeit, dann bin ich vorher hingegangen und habe mich einfach immer dazu gesetzt. Und das hat mir viel geholfen, weil ich gesehen habe, was einfach die erfahrenen Kollegen einfach da machen und wie sie es machen. Und natürlich auch viel von den Kollegen, die im Ensemble schon sehr lange sind. Also da muss ich wirklich sagen, danke nochmal. Weil die haben mir da auch wirklich immer viel beigebracht. Und allein durch das Zugucken, wenn die dran waren. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du im Synchron oft besetzt wirst? Manchmal denke ich so, ich komme ins Studio und dann ist es irgendwie so ein durchgeknallter Freak. Oder irgendwie sowas denke ich so, okay. Da haben sie gedacht, das muss der Fächler jetzt machen. Habe ich aber auch schon im Theater viel gemacht. Also ich habe oft so die Psychos gespielt. So Wojcek habe ich gespielt. Oder andere Sachen, andere Figuren, die halt einfach, die nicht ganz dicht sind. Oder die irgendwie wirklich eine Macke haben. Das liebe ich. Macht dir das mehr Spaß? Ja, klar. Das zu spielen als normale Sachen? Ja, nein, nee. Was heißt normale Sachen? Also ich muss echt sagen, mir macht alles Spaß. Deswegen, ich mag den Job auch gerne die nächsten 30 Jahre weitermachen. Weil ich komme ins Studio, ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn es eine neue Produktion ist. Oder ich weiß, die Rolle, die habe ich da natürlich in der Serie schon gesprochen. Die spreche ich jetzt wieder. Ich freue mich eigentlich immer. Egal, was es ist. Aber ich habe schon schöne Figuren, wo ich mich dann richtig drauf freue, wenn ich wieder ins Studio gehe. Du synchronisierst Tom Berg als J.K. Rowlings Romanfigur Cormoran Strike. Erzähl mal von den Aufnahmen zur Serie Strike. Dazu muss ich sagen, ich hatte ein Casting. Gerd Sternberg hatte mich gecastet für die Hauptfigur in dieser neuen Serie. Und ich habe gesagt, ich kann nicht kommen. Das war irgendwie im Januar oder Februar. Und ich war total erkältet. Und er meinte, egal, umso besser. Je versoffener, je kranker deine Stimme klingt, desto besser für die Figur passt es super. Und dann kam ich dahin und dann war das eben Tom Berg als Cormoran Strike. Und ich hatte wirklich, ich habe Vigino Kellershoff hat mir dann irgendwann nochmal die Aufnahmen zugeschickt. Ich habe mich rumgekrecht und gemacht. Aber die Produktionsleitung und die Leute, die besetzen, die die Entscheidung getroffen haben, fanden das super. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, weil das ist eine ganz, ganz tolle BBC-Produktion. Lief leider oder läuft auf Sky und ist leider nicht bei Netflix oder Amazon jetzt sozusagen in einem Streaming-Abo irgendwie zu sehen. Aber die ist wirklich, das ist nach den Romanen von The Rolling, die auch Harry Potter geschrieben hat. Und die hat die unter einem Pseudonym geschrieben. Krimis. Robert Galbraith nennt sie sich da. Und tolle, toller psychologischer Krimi, tolle Fälle. Also es gibt überhaupt nicht groß mit Schießerei oder Toten oder sowas. Spielt in London. Er hat eine ganz bezaubernde Assistentin, gesprochen von Maria Hönig, von einer ganz wunderbaren Kollegin. Und da freue ich mich auf die Fortsetzung. Wird gerade produziert in England. Hast du die Romane gelesen? Ja. Also währenddessen, weil das ging einfach viel zu schnell. Ich wusste davon vorher gar nichts. Und den neuen Roman, der jetzt rausgekommen ist, vor einem halben Jahr, habe ich natürlich gelesen. Und der wird jetzt gerade verfilmt. Das werden auch wieder fünf Folgen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, dass ich es widerspreche, aber ich gehe davon aus. Wie fühlst du diese Filme? Ich finde sie super. Ja, weil es halt einfach, es lässt sich, die lassen sich Zeit. Diese Figur ist, so ganz gegen meinen Naturell eigentlich, der quatscht ganz, so wie die Norddeutschen. Und der Guido hat immer gesagt, komm noch weniger, mach noch weniger mit der Stimme, komm noch tiefer. Und das war ungewöhnlich für mich. Aber im Ergebnis dann, wenn ich es mir jetzt angucke, denke ich, er hat ja total recht. Und der Schauspieler, also ich weiß nicht, ob du Tom Burke kennst, ist ein toller englischer Schauspieler. Ich glaube, der hat auch ganz viel Theater gemacht. Dieses Nicht-Spielen. Der setzt einen Blick, den hält er zehn Sekunden und dann sagt er einen Satz und du denkst so, wow, der ist die Figur. Der hat die so verinnerlicht und das macht natürlich Spaß. Also dann da zu versuchen, die deutsche Version herzustellen und dann mit einem tollen Team, das ist also der größte Genuss. In welchen Produktionen hast du Tom Burke noch gesprochen? Tom Burke ist jetzt nochmal aufgetaucht bei Last Kingdom, Netflix-Produktion. Da habe ich ihn gesprochen und der ist ja noch relativ unbekannt. Der wurde auch vorher von zwei, drei anderen Kollegen gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die Feststimme bin, aber ich denke schon, weil das irgendwie schon die Arsch auf einmal passt. Aber weißt du ja an dem Job nicht. In Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood hast du Damon Harriman als Charles Manson synchronisiert. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich habe eine Buchung gehabt für einen Trailer. Ich wusste nicht was. Ich dachte, ja, Trailer ist immer gut. Du gibst immer ein bisschen extra Kohle. Und dann komme ich da hin, Christoph Tscherpka war da und ich dachte so, okay, das muss irgendwie eine größere Produktion sein, im BSG. Und dann war das Once Upon a Time, der neue Tarantino. Und ich so, what? Okay, ich dachte, ich bin irgendwie so, sprech den Kellner oder sowas. Und dann, nee, Charles Manson. Ich so, wie soll ich so eine Figur jetzt machen? Aber auch da wieder, da ist der einfach der Original-Schauspieler so geil. Und bei Christoph Tscherpka hast du einfach überhaupt kein Problem. Der führt dich so geil, dass du dann halt einfach, der spricht nicht viel in dem Film, der Charles Manson. Ein paar Sätze nur, ich weiß nicht, vielleicht hatten wir 20 Takes oder sowas. Aber ist halt eine wichtige Figur da und ist natürlich geil, einfach Tarantino mitgesprochen. Das hätte ich mir beim letzten noch nicht mal träumen lassen, als der letzte in die Kinos kam. Also das, schon toll. In der Sitcom-Superstore sprichst du Colton Dunn als Garrett McNeil. Erzähl mal von dieser Rolle. Garrett ist einer meiner Lieblinge. Also das war auch eine meiner ersten großen Rollen, als ich ins Rollenfach gewechselt habe. Gab es auch ein Casting? Ist eine Sitcom. Sitcom-Superstore spielt in einem Riesensupermarkt in den Staaten. Sowas kann man sich wie Walmart vorstellen oder so. Und nennt sich Cloud9. Und da sind nur verrückte Leute, die da mitarbeiten. Also alle ein bisschen nicht ganz dicht. Und Garrett ist ein Schwarzer, der im Rollstuhl sitzt. Der war eigentlich politisch mal völlig unkorrekt. Aber er ist selber eine total miese Ratte und nutzt das immer aus und macht den Leuten immer ein schlechtes Gewissen. Und er bezieht sich dann immer, äh, sitz auch noch im Rollstuhl und sowas. Und ist einfach einer dieser der Main-Characters in dieser Serie. Also wir sind vielleicht sieben oder acht Hauptfiguren. wunderbar gesprochen von Kollegen wie Michael Pahn, Antje Thiele, Roman Wolko und sowas. Also wirklich auch ein toller Cast. Frank Muth macht die Regie. Mittlerweile haben wir die vierte Staffel abgedreht, die jetzt, ich weiß gar nicht, wo die gesendet wird. Und das ist einfach, das macht jetzt so einen Spaß, weil die so bekloppt sind. Was macht den Witz aus? Na, die schaffen da so ein kleines Universum. Na, also klar, die arbeiten da alle, aber eigentlich geht es nur um diese Figuren. Die Kunden und so sind alle so Nebenfiguren. Die tauchen mal auf, fragen irgendeinen Quatsch oder wo es gibt's das oder so. Und die haben alle so Geschichten untereinander. die, die, äh, die haben dann Verhältnisse untereinander und lästern übereinander und dann kommt ein neuer Kollege und einer ist, hat keine Aufenthaltsgenehmigung, ist quasi illegal in Amerika und das kommt dann irgendwie raus. Ich darf jetzt nicht so viel erzählen von der Serie, aber guckt sie euch an. Also das ist wirklich, lohnt sich. Das macht richtig Spaß. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Och, ganz unterschiedlich. Entweder habe ich frei, wenn ich keine Buchen habe, was aber nicht so oft passiert. Oder ich habe dann zwischen ein und vier Terminen. Manche größer, manche kleiner. und dann reise ich so durch die Stadt. Ich bin immer mit den Öffis unterwegs, habe meine Musik auf dem Ohr und freue mich immer auf den nächsten Termin. Manchmal ist es ein bisschen stressig, wenn man wenig Anschlusszeit hat, aber mittlerweile habe ich eine Disponentin, die das für mich gut organisiert, sodass ich halt einfach auch wirklich genug Anschlusszeit habe und dann bin ich unterwegs und freue mich immer, wenn ich ins Studio komme, weil mittlerweile kennt man sich ja auch. Und so sieht mein Alltag aus. Den mache ich sehr, sehr gerne. Also es ist was ganz anderes als Theater, wo du halt morgens um halb zehn ins Theater gehst bis halb drei und abends dann Vorstellungen hast oder auch Probe. Ich mag das so sehr gerne. Welche Synchronrollen waren deine bisherigen Highlights? Ja, der gehört uns sicherlich Strike dazu. Der Comeran Strike. Colton dann, wie gesagt, Superstore mag mir auch viel Spaß. Jetzt habe ich wirklich was ganz Tolles. Kommt jetzt ein Kinofilm, ich glaube am 26. September kommt der neue Ozan-Film. François Ozan hat einen neuen Film gemacht, der auf der Berlinale auch den Silbernen Beeren als Publikumspreis bekommen hat. Gelobt sei Gott. Also im Original heißt es Gras adieu. Und da geht es um so einen Missbrauchsskandal der katholischen Kirche der letzten 20, 30 Jahre, der wirklich so passiert ist und wo dann irgendwann nach zwei Jahrzehnten oder 25 Jahren drei von diesen misshandelten Kindern, die mittlerweile erwachsen sind, anfangen zu klagen und wirklich gegen die katholische Kirche vorgehen. Und da spreche ich den, die Rolle des François de Boch, gespielt von einem ganz tollen französischen Schauspieler Denise Menoschee. Und das ist einer der dieser drei Hauptfiguren, die diese Klage sozusagen initiieren und damit wirklich Aufmerksamkeit erzeugen und so. Und der Film ist echt heftig. Also als die mir den zugeschickt haben, haben wir bei der Taunus Film gemacht, Regie Frau Beate Klöckner, was wirklich ein ganz tolles Erlebnis war und auch heftig, weil wenn du dann irgendwie so dich in diese Figur reinbegibst, Missbrauch und so. Und vor allen Dingen, was das in den Familien gemacht hat und macht und so. Das ist wirklich ein irre toller Film und war auch echt eine Herausforderung. Danach war ich auch erst mal fertig mit der Welt. Nach diesen zwei, drei Tagen haben wir wirklich lange im Studio gestanden und viel gearbeitet. Aber ein reiner Genuss. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn der in die Kinos kommt, weil so eine fette Kinoproduktion habe ich so noch nicht mitgemacht. Und klar, ich habe natürlich auch in Avengers und so mitgespielt, aber eben nicht so eine große Rolle. Und da freue ich mich richtig drauf. Du sprichst außerdem oft kleine Rollen in großen Produktionen. Hättest du es gerne mal andersherum? Du, da verlasse ich mich total. Also ich mache einfach gute Arbeit und wenn es fünf Takes sind, dann sind das fünf Takes. Und die müssen gemacht werden. Und dann bist du natürlich auch in so großen Produktionen bei wirklich tollen Regisseurinnen und Regisseuren. Mit denen du toll arbeiten kannst. Und ich vertraue einfach darauf, dass die sagen, boah, das hat mir gefallen und vielleicht beim nächsten Mal eine größere Rolle. Aber ob jetzt groß oder klein, das finde ich wirklich, das finde ich fast nebensächlich. Also, weil ich habe immer was, eine Aufgabe und jeder Take ist neu. Und ob ich jetzt fünf Stunden im Studio stehe oder eine halbe Stunde, das ist mir erst mal wurscht. Weil das ergibt sich, wenn ich mir jetzt die letzten sieben Jahre oder acht Jahre, seitdem ich das mache oder jetzt fast neun Jahre, angucke, dann habe ich so tolle Sachen immer wieder gemacht. Klar, wenn ich mit dem Star Wars die Hauptfigur spreche, sage ich nicht nein. Aber wer weiß, ob das kommt oder ob das nicht kommt, da bin ich, ich bin bereit. Ich erinnere mich an meinen allerersten Synchronjob und das war wirklich krass. Bei Jürgen Neu weiß ich noch, der hat damals bei der BSG so eine Serie gemacht, die Borgias oder Borgia oder so. Italien, Jahrhunderte früher und da gab es eine Szene, wo ich dann sozusagen im Ensemble und gesagt habe, das soll ich jetzt mal machen, gefoltert wurde. Also wirklich so, irgendwie so, was weiß ich, also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber da habe ich gedacht, okay, jetzt musst du einfach wirklich alles geben, sonst funktioniert das nicht. Und da habe ich rumgebrüllt und geschrien und gemacht und ich habe auch wirklich mir diese Bilder angeguckt und dachte so, was denken sich eigentlich Menschen aus, um anderen Menschen wehzutun. Das war so übel, also und das weiß ich noch, da musste ich kurz im Kopf Klick machen und mich daran erinnern, dass ich in der Schauspielschule mal gelernt habe, okay, auf der Bühne oder jetzt in dem Fall vor dem Mikro ist mir nichts peinlich oder ist mir nichts unangenehm oder so und dann ging das ganz gut und der Herr Neu meinte dann auch so, ja, das lassen wir jetzt so, also ich müsste da jetzt auch nicht zehnmal irgendwie mir da die Kehle aus dem Leib schreien. Das war so eine Herausforderung, aber ansonsten ist eigentlich jede Rolle eine Herausforderung. Leidest du mit deinen Synchronrollen mit? In dem Moment ja. Also ich versuche ja, das, was der Kollege da im Original macht, nachzuempfinden. Das funktioniert nicht, wenn du es nur versuchst nachzusprechen. Also du musst, und das kann ich ganz gut, also das konnte ich eigentlich auch immer schon auf der Bühne oder vor der Kamera ganz gut. Ich springe da rein, aber auch hinterher, wenn ich dann gehe, ich weiß oft abends einfach auch schon nicht mehr, was ich gemacht habe. Also ich erinnere mich dann einfach nicht mehr. Das ist so schnell wieder weg, das Kurzzeitgedächtnis, in dem Moment funktioniert es, aber dass ich jetzt tagelang irgendwie damit irgendwie mitleide oder sowas, das habe ich nicht. Gar nicht. Gibt es einen Film, in dem du synchronisiert hast und von dem du dir eine Fortsetzung wünschen würdest? Ja, es gibt eine Serie, die ich wirklich toll finde. Haben wir bei der Interropa vor ein paar Jahren gemacht. Game of Silence. Kannst du bei Amazon Prime gucken. Michael James Shaw, habe ich da, Michael Raymond Shaw heißt der, habe ich da gesprochen, den ich einfach als Schauspieler toll finde. Der ist damals auch bei True Blood, hat er mitgespielt. Da wurde er dann so zu so einem Dämon und ich fand den damals irgendwie schon ganz geil. Und den durfte ich dann sprechen. Irgendwie dauernd besoffen und aggressiv und wütend und sowas. Und da bin ich in meinem Element. Und die Serie, die erste Staffel, endet mit einem totalen Cliffhanger, wo man denkt so, ey, wie geht denn das jetzt weiter? Und dann hieß es, die wird nicht weiter produziert. Also das finde ich bis heute schade, weil die Figuren sind toll, der Plot ist toll und wurde nie weitergemacht. Leider. Ich weiß nicht, warum bis heute. Gibt es einen Schauspieler, den du besonders gerne sprichst? Die, die ich schon genannt habe. Also Colton Dunn ist natürlich, der ist mir jetzt mittlerweile so nah. Ich freue mich immer, wenn ich ins Studio komme und denke so, ach, ich liebe den richtig. Und dann haut er wieder so geile Sachen raus. Das ist natürlich ein Genuss. Lass mich mal gucken, wieso passt er? Schöne Figuren, also die da wirklich gut aufeinander prallen und auch nach der vierten Staffel einfach noch wunderbar funktionieren. Du standest schon oft auf der Theaterbühne. Auf welche Projekte bist du besonders stolz? Also ich bin schon ein großer Büchner-Fan und ich durfte wirklich in zwei seiner großen Theaterstücke die Hauptrolle spielen. Also einmal habe ich Don Prance spielen dürfen in Don Prance Tod, was ich wirklich toll fand, weil da habe ich mich einfach einen tollen Regisseur damals in Hannover in den Kammerspielen viel mit beschäftigt, dann auch mit der französischen Geschichte und so und eben auch den Beuzirk. Das habe ich wirklich sehr gern gemacht bei einer tollen Berliner Regisseurin damals in meinem Anfänger-Engagement in Zelle. Ich war in Zelle am Schlosstheater. Schönes, kleines Theater. Ich bin ins Schloss zur Arbeit gegangen und Büchner finde ich ganz großartig. Kafka finde ich toll. In Karlsruhe habe ich ein Ein-Personen-Stück gemacht, also nach einem Text von Kafka, der Bericht für eine Akademie. Was mir viel Spaß gemacht hat, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. 2013 habe ich das letzte Mal Theater gespielt und dann ging das mit dem Synchron so toll los, wo ich dachte, ich will jetzt aber auch nicht drei Monate weg sein, weil wir kriegen die Aufnahmelerder eine Krise, weil die Serie weitergeht oder sowas und ich finde halt einfach auch vom Verdienst her, also ich finde einfach, was du auf der Bühne machst, ich mache das gerne. Vielleicht kommt das auch mal, wenn mir eine tolle Shakespeare-Rolle angeboten wird oder sowas, dass ich wieder sage, okay, habe ich Bock drauf, aber im Moment, ich spiele so tolle Sachen vor dem Mikro, da kommt kein Theaterstück gerade dran. Dein Tipp für angehende Synchronsprecher? Macht gute Demos, also Sprechdemos. Wirklich hingehen bei den Aufnahmeleitern, nicht nerven, sondern einfach vorher anrufen und fragen, darf ich mal vorbeikommen, ich würde mich gerne vorstellen, also auf keinen Fall in die Tür platzen und so, weil das nervt die, die haben einfach einen Arsch voll Arbeit jeden Tag und ich frage mich sowieso, wie die das nervlich hinkriegen und dann wirklich viel Ensemble machen und auch wenn während des Ensembles mal eine große Rolle schon kommt, trotzdem weiter erst mal zwei, drei Jahre Ensemble machen, weil es hat mehrere Vorteile. Du lernst einfach ganz, ganz viel über die Kollegen, die mit dir im Studio sind, du lernst die Regisseure kennen, du lernst die ganzen Mitarbeiter drumherum kennen und das übt einfach so, das ist wie deine, eigentlich die Ausbildungszeit, also das würde ich auf keinen Fall zu kurz ansetzen, weil man denkt irgendwie, okay, ich habe jetzt ein, zwei größere Rollen gesprochen, ich gehe jetzt ins Rollenfach, bevor die Regisseure, die dich nicht alle kennen und das funktioniert, wenn du gut im Ensemble bist, geht das dann irgendwann, glaube ich, nicht weiter. Was machst du gerne, wenn du nicht am Mikrofon oder auf der Bühne stehst? Mein Leben genießen? Ich mache jetzt seit letztem Jahr, ich habe so einen Video-Interview-Podcast quasi entwickelt, das nennt sich Mit Fechner im Bett. Ich lade Menschen zu mir ins Bett ein oder gehe zu ihnen ins Bett, was sie selten wollen, aber ist auch schon passiert. Wo ich mich eine Stunde mit diesen Menschen unterhalte und das sind immer Leute, die jetzt nicht besonders bekannt sind, also weil sie jetzt populär sind oder was ich in der Öffentlichkeit stehen, sondern weil sie tolle Sachen machen. Sachen, die die Welt ein Stück weit schöner machen oder heller oder sowas und mit denen spreche ich eine Stunde. Das macht mir total Spaß und zwar im Bett, weil es da am gemütlichsten ist und man kann sich da so rumfläzen und so und ohne Punkt und Komma, ohne auch jetzt Fragen vorzubereiten groß und das macht mir totale Freude. Dann habe ich mir vor drei Jahren irgendwie einen Wunsch erfüllt. Ich habe mir ein Cello gekauft und nehme Cello-Unterricht, weil ich immer da dachte, irgendwie so, oh, ein geiles Instrument, aber es ist einfach, ich konnte mir das nicht leisten. Dann habe ich ein bisschen Geld geerbt und habe gesagt, das investiere ich jetzt und das macht mir viel Freude. Dann mache ich nebenbei auch Musik. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren eine CD gemacht mit Mantra-Gesängen, weil ich mich viel mit so spirituellen Sachen beschäftigt habe und auch in meiner Heilpraxis. Ich habe ja als Heilpraktiker auch gearbeitet bis vor zwei Jahren, wo ich schamanisch, energetisch gearbeitet habe und ich mich einfach viel mit so Mantra-Rezitationen beschäftigt habe. Und ich habe mit einem Musiker, dem Carlos Perron, einem der Gründer, der von Yellow damals, Ende der 70er, eine CD gemacht, wo er sozusagen die Mantra-Gesänge mit elektronischer Musik untermalt hat und wir da zusammen einfach eine ganze CD gemacht haben. Nennt sich Electro-Shaman und finde ich ganz geil. Also sowas mache ich nebenbei. Da kommt zwar nie Geld bei rum, aber solche Sachen kann ich mir halt jetzt auch erlauben, wo ich halt einfach durch Synchron einfach auch wirklich gut zu tun habe. Und noch so ein Stil. andere Sachen auch. Oder auch gerne einfach auch mal einen Tag Netflix. Also das kann ich auch gut. Muss ich auch, weil ich wissen muss, was die Kollegen machen. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Das ist eigentlich immer witzig. Ich gehe ins Studio und mit 95 Prozent der Leute, mit denen ich dort arbeite, habe ich eigentlich immer viel Spaß. Und dann gibt es natürlich so Situationskomik. Also was mir viel Spaß gemacht hat, mit der Heike Schrötter zum Beispiel, habe ich eine Kinderserie gemacht, wo ich Bob, der Bär gesprochen habe. Wo wir einfach auch nur Blödsinn gemacht haben und zwischendurch Quatsch geredet haben. Und sowas kann man mit der Heike ganz wunderbar. 笑 wie Bär pour Stan und Brühe Brühe Zettel Zettel